Teile Ab Um das ganze zu schmelzen Und dann hinten in was brauchbares Zu verwandeln Hoffe ich mal Der 1000 Der 1400 müsste ich auch noch manchmal Noch manchmal nachlegen Damit das läuft Es hört sich richtig ekelhaft an So Weiter ausertieren Was haben wir denn hier noch Pfeile Essenzen Essenzen können weg So Einmal Einmal Das Ding Einmal kommt hier rein Da kommt das Ding ran So was haben wir noch Flintensteel Kann hier rein Ähm Treetrap auch Pilz auch Das brauch ich nicht Rotschicken Oder Porkchop Ähm Kommt einfach mal in den Ofen Wenn ich hier noch Kommt einfach mal da rein So Das ganze ist schon geschmolzen Stimmt hier können die Spinnen ja noch rüberklettern Oder da unterher Egal So So Oh Wenn das jetzt in einem Horrorfilm vorkäme oder so Schassel So Geräusche Gut So Eins Zwei Drei Und die beiden Kommen dann wieder Hier rein Boah ich hör mich an wie der letzte Abgekratzte Typ Gerade Tut mir leid aber ich muss mal kurz Ähm So Da sind wir wieder Einmal mute und einmal wieder zurück So Jetzt mal gucken dass das Ding Läuft Das wäre nämlich super Und nein Das ist die falsche Crossbar Man braucht nämlich Was braucht man dafür Das hatte ich letztes Mal Ob ich auch schon mal Toolrod Fullguard Whiteguard Was hatten wir noch Das war Fullguard Das war Whiteguard Ähm Ja Tut mir leid Aber ich guck mal kurz im Wiki nach Äh Ähm Das wird jetzt etwas langweilig sein Aber Ähm Ich möchte gerne wissen Was ich da für einen Fehler mache Da T T Da Da Haben wir es doch So Jetzt kommt Ähm Nein Utilities Da Longsword Da ist es Was braucht man dafür Longsword Ähm Boa verdammt Boa verdammt Blade You can Basic Wappen In the head Guard In the tool What Headguard Okay Das ist eine Fullguard Vielleicht habe ich da wieder Was übersehen Mal wieder Eine tool What Das ist die tool What Ja ich glaube Ich habe mir mal wieder Etwas zu wenig Was gemacht Crossblättern Toolbinding Fullguard Ähm Gut Nein Hier haben wir die richtige Kommt zwei Stück Eins Zwei Und das So Dann haben wir schon mal Die Blättern hier Rumliegen Jetzt Ähm Da ist das Stencil Table Handguard Ja Das war der Fehler Gut Dann müssen wir aus Ähm Part Builder Stein Habe ich sogar dabei Super Da was neues machen Ach Das kann ich wieder da reinstecken Das bauen wir nicht mehr so Ähm Haben wir noch Aluminium Brass Super Gut Wenn man immer wieder sowas im Inventar oder Da liegen hat So Das muss rein Ähm Und ich muss mal kurz Schluss machen Tut mir leid Bis gleich Und wir sind wieder da So mal gucken Ob Inzwischen das Aluminium Geschmolzen ist Ja Und es passt sogar Perfekt So Ist hier noch irgendwas übrig Nein Dann kann ich das Ding wieder rein tun Denn genau das Brauche ich jetzt für Mein Swords So Ähm Die Teile Kann ich mal wieder wegwerfen Brauche ich nicht mehr Boah Regen die mich auf Die spinnen Ähm Ja beeil dich mal ein bisschen Einfach mal ins Bett gehen Und ignorieren Ist das einfachste So Was ich mir auch vorgenommen habe Ich mache da jetzt überall Ein Electric Circuit drauf Oder Was macht diese Und da Ball Nein Ball of Moss Aus Moss Stone Mossy Stone Habe ich aber bestimmt nicht Aber es wäre richtig geil Weil das Ding sich dann selbst repariert So Jetzt habe ich auch den Handel Den richtigen Handel Den ich brauche Ach Du kommst hier hin Du kommst wieder da drauf So Mal gucken ob es jetzt Läuft Ich muss ja erstmal einstellen Was ich will So 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 Was ist denn jetzt noch falsch Oh Habe ich es falsch gelesen A Handguard And a tool rod A crisis A sword blade A handguard And a tool rod Kann es sein Dass das nur Normale Sword blade Genutzt Schmelzen A rapier Recries A sword blade Okay Wie wäre es wenn ich mir mal aus diesem Tinkast construct Ach Steht denn All Ähm Weg damit Mods 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 Nein Ich würde gerne Tinkast construct auswählen T Äh Da Ich meine Okay Da sind sau viele Sachen drinne Das ist auch Hardcore Ist da drinne Okay So Spiel stürzt jetzt hoffentlich nicht ab Ich habe es jetzt nicht ausgewählt Ne Boa